Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom regulären Minecraft-Let's Play. Und wir sind immer noch in der Höhle. Und wir sind auf der Suche nach Diamanten, denn wir brauchen nämlich noch ein paar. Nicht explizit, aber... Oh, das hat sich jetzt ja... Als... Oh, 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 perfekt. Als perfekt erwiesend. Aber ein bisschen großzügig freigraben hier. Also einen Block haben wir schon mal abgegraben. Ach, perfekt. Neun Stück. Okay, einen Block haben wir schon mal. Das hat sich ja schneller ergeben. Wir brauchen eigentlich von allen Erzten mal was Nettes. Auch Gold ist gar nicht unwichtig. Ja, perfekt. Haben wir wieder Diamanten gefunden. Das ist ja richtig genial gewesen. Natürlich reichen die jetzt noch nicht, äh... Das... Dafür sind wir nicht losgezogen. Ich muss hier nochmal eine Fackel hin. Äh... Alter, wirklich? Heftig. Nein, Kies, wir brauchen dich jetzt nicht. Wir brauchen Kies sowieso nie. Außer für Wege. Ach so, Kies haben wir auch kaum, ne? Das war auch die Sache. Nehmen wir mal Kies mit. Nehmen wir einfach mal Kies mit. Für unsere Wege. Denn es ist auch ein richtig schöner Weg. Geplant. Ähm, von unserem Haus zu... Äh, Juh... Nein, zu Julians. Ähm, äh, Bauernbaracke. Also Bauernhaus. Das wäre nämlich, äh... Ziemlich gut, dann nochmal so einen abgesicherten Weg zu machen. Da können wir die Komodowarane auch anlassen. Dann bleiben die jeweils draußen. Und wir sichern das Ganze ab mit so einem Pflasterstein. Äh, von einem Pflasterstein-Mauer. Gut, hier nochmal Licht. Okay, dann können wir jetzt hier... Das sichere Farming machen. Perfekt. Haben wir schon viel Kies. Oh, ja, perfekt. Schade, definitiv nicht. Ach du Scheiße, ein wer Pflasterstein. Daran wird es uns auch nicht mangeln. Den Eimer brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Jo, Eisen ist auch erstmal ordentlich. Och, schade. Das war aber auch wieder so arsch... Arschknapp hier. Boah. Komm, das kriegen wir noch. Ja, das kriegen wir unbeschadet. Oh, hier ist ja viel Eisen. Das glaubt man ja kaum. Kohle verbrauchen wir aber auch häufig hier in der Höhle. Macht ja Sinn. Ne, ich möchte gerne für acht... Elf. Ach genau, wir haben es ja so hoch gegraben. Hier sollten wir wieder auf acht sein. Genau, äh, ja. So, weiter im Text hier. Einmal haben wir schon eine Diamantenader gefunden. Hey. Machen. So, jetzt noch ein bisschen Kohle. Das kann auch nicht schaden. Ich hätte gerne Kohle in stark komprimierter Form. Hehe. Oh, ein neues Lied in der Höhle-Playlist. It is lost. Von Kevin MacLeod. So. Weiter geht's. Hm. Ach du Scheiße. Was wird das denn bloß für eine Höhle? Alter. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da noch, äh, wie das da aussehen wird. Alter. Da gibt es definitiv die ein oder anderen Diamanten, hoffe ich natürlich. Weil irgendwann Diamant-Rüstung wäre auch nicht verkehrt. Mal so richtig overpowered. Oder halt die Skorpionsrüstung ist ja schon gut und so, aber... Diamant schadet halt auch nicht. Apropos Diamant... Oh, 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 oh. Ich sehe es schon kommen hier. Das ist eigentlich... Ja. Ja, am besten nicht so. Am besten hier oben irgendwo. So. Okay, wir haben... Wir sind auf, äh, dem Grundlevel sind wir angekommen. Okay, dann brauchen wir jetzt... Müssen wir jetzt irgendwie nicht tief mal wieder essen. Und den Wassereimer rausholen. Okay. Wir graben hier noch ein bisschen frei. Okay, hier ist... Hier scheint nicht mehr so viel zu sein. Ah, diese Fackel. Oha, da geht ein Minenschacht weiter. Toll. Hälfte verbrannt. So ein Mist, äh, verbrennt das ganze Laps, Lazzoli. So. Hier ist auf jeden Fall wieder dicht. Und hier sind wir wieder, äh, in einer... Alter. Alter. Oh, oh, oh. Das ist jetzt wirklich schon ziemlich heftig hier. Ah, okay. Das war... Alter, mein Gott. Nochmal, ey. Oh nein. Ein Werwolf. Und ich glaube, wir können nur noch einen... ...mit unserem Schwert killen. Oh, oh. Ich hoffe, wir können einen auch in die... ...in die Lava lotsen. Ah, es ist hier ein riesiger Lava-See. Noch kein Diamant in Sicht. Du meine Güte. Oha. Noch gar keine Diamanten in Sicht. Ich traue mich jetzt aber ehrlich gesagt auch gar nicht, hier weiter... ...äh, so nah an der Lava zu stehen. Oha. Das war's jetzt hier mit der Lava. Das ist hier riesig. Alter. Das ist... ...nurmal in der relativ... ...große Höhle. Was ist da? Ach, wieder Salz. Okay. Puh. Wow. Ah. Ah. Alter. Puh. Da war also die Spinne. Okay. Gold. Gold. Oha. 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 Was ist das mit dem Gold? Ja, war's. ... Ich höre irgendwas. Ein Silber-Skelett, oder? ... ... Ah, ein Horst. Ein böses Pferd. Zack. Oh, oh, oh. Und ihre Essenzen sind jetzt nicht unwichtig. Weil wir machen auch bald ja unsere Pferdezucht. Und dafür brauchen wir Essenzen von den bösen Pferden. Um halt alle Rassen durchzubekommen, die wir da züchten können. Oha. Das kann hier noch was... Oh, oh, oh. Hier geht es auch so tief. Nach unten. Oha. Ne, da wollte ich jetzt gar nicht reingucken. Ach du meine Güte. Sind wir wieder hier? Nein, wir sind nicht wieder hier. Es ist immer noch diese riesige Hülle, die wir auf der... Die riesige Lava-Sachen. Und hier ist ein Ursprung eines... Nein. Uaha, weg. So, der gute alte Trick, um Spinnenweben aus dem Weg zu räumen. Einfach Wassereimer. Ah, den kann ich auch nicht da drüber setzen. Gibt mir nur das Ding hier. So, da drüber mal. Zack. Mal alle... Was? Wurde den Lava bitte schön gelöscht? Oh, nein. Es gibt einen zweiten Spawner. Nur wo? Oha. Puh, das ist ja ganz schön... Heftig hier. Ach, hier. Ich hasse das, wenn die das machen. Scheiße. Okay, die haben wir schon mal erwischt. Äh, weg. Weg, 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 weg. Das wollte ich jetzt auch total machen. Wah. Ach, Mist. Zu spät reagiert. Alter. Scheiße, das geht ja nicht. Alter, wie lang... Oh, blödes Gift, ey. So. Die ganzen machen wir mal... Zu einem Stack. So. Und jetzt weiter. Ach, nur eine Maus. So. So, wieder ordentlich Erze sammeln hier. Hier waren wir aber noch... Waren... Uah, ah. Blödes Ding, ey. Wo ist der Wasser einmal hin? Ach, da ist er. Blödes Gift, ey. Warum schließe ich das Inventar denn da? Überhaupt keinen Sinn. Woa. Woa. Hier gibt's irgendwo noch einen Spawner. Woa. Ah, 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 ah. Mein Gott. Wo ist der zweite Spawner? Ich möchte ihn jetzt finden. Das ist ein normales... Ne, ne? Ach, du Kacke. Warum fließt das so seltsam ab? Das macht auch keinen Sinn. So. Das war's jetzt erstmal hiermit. Hier geht's auch weiter. Oh Gott. Oh, oh, oh. Woh, oh, oh. Alter. Hättest du mir den Boden unter den Füßen weggesprengt? Hätte ich dich aber für gehasst, ey. Da käme ich nämlich nicht mehr so schnell raus. Vor allem, weil ich jetzt den... Wassereimer nicht im Inventar hab. Wegen den scheiß Werwölfen. Ach, komm schon. Immer ein bisschen weiter fließen hier. Jetzt aber. Ähm. Okay, es ist eine... Kiste. Bitte fließ ab. Wäre sehr nett, wenn du das heute mal machen würdest, ausnahmsweise. Das Lita ist right behind you. Und ich hoffe, da ist nichts. Ach du Scheiße, es ist hier dunkel. Wirklich? Oh. Ein Eisenbarren. Riecht man ja mehr aus der Lura an sich. So, jetzt erstmal hier einsortieren. Viel Kies. Erde wie viel? 35. Könnte ein bisschen mehr sein, aber wir haben jetzt auch nicht aktiv nach Erde gebuddelt. Ach du mein Gott. Hier ist wieder eine Höhle. Heute nicht. Wow. Ah. Ah. Oh, oh. Werwolf. Das war's. Bevor er sich noch transformiert. Gibt es hier vielleicht ein paar Diamanten? Keine. Okay, dann gehen wir wieder. Ah. Hier geht es auch überall weiter. Ich höre irgendwas. Das ist keine Fledermaus. Wow. Alter. Ah. Ah. Das habt ihr bestimmt mit der Maus gesehen. Das ist, dass ich mich leicht erschreckt habe. Alter. Ne, Minecraft ist so ein Spiel, ey. Nur ein Schrecker. Obwohl es keineswegs ein Horror-Spiel ist. Alter, diese Kies, wenn ihr, die gehen sowas von auf die Eier. Ja. So, ein bisschen Kies gesammelt. Perfekt. Weil wegen mehreren Sachen sind wir jetzt hier hingegangen. Vorzugsweise wegen Diamanten. Kies war ein Hintergedanke. Aber ja, natürlich fehlen auch noch die Essenzen von den... Pferden. Von den... ...Pferden. Und für alle züchten können. Ja, ist überhaupt nichts drin. Ich nehme, bis das Zeug ist, aber diesmal nicht mit. Alter. Das ist ja heftig hier. Alter, das war nur die Musik. Hä? Oh Gott. Hier kommen wir wieder raus, wo wir am Anfang waren. Ja, Diamanten ein bisschen ernüchternd. Die Anzahl. Hier geht's noch weiter. Boah. Ah, ah, ah. Höh, höh, höh. Blödes Ding. Alter. Ich hab's gehört. Ich dachte mir, nein, jetzt schnell vorbereiten. Und dann im Moment, wo ich's nicht erwartet hätte, schießt das. Das Ding auf mich los, ey. Oh, oh. Alter. Mein Gott, ey. Hier geht's ja langsam ab mit dem... Boah. Nein, nicht mit dem Goldschwert. Oh, scheiße. So viele Notfälle gedacht. Nein. Nein. Renn. Alter. Duah. Blödes Vieh. So langsam wird's mir hier unbehaglich. Sehr unbehaglich. Alter. Puh. Oh, oh. Okay, das war's mit, äh, ja, Kohle. Kohlemangel haben wir im Moment. Wahrscheinlich im Rucksack haben wir noch genug von, aber wir haben jetzt länger keine Kohle mehr gesammelt. Das dürfte noch für die nächsten Folgen reichen hier. 27. Alter, das ist ja alles zerstört. Warum? Nein. Ein Wehrwolf. Nein. Ein Wehrwolf. Ein Wehrwolf. Und ziemlich nah. Da ist er. Oh, oh. Nein, 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 nein. Verbrennen, 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 verbrennen. Scheiße. Das Schwert ist jetzt kaputt. Alter. Bei mir ein Lapislazuli. Für alle Fälle. Braucht man ja doch hin und wieder. Alter. Ein böses Pferd. Okay, das müssen wir unbedingt aufsuchen. Scheint hinter mir zu sein, wie ich es jetzt gerade deuten kann. Von Kopfhörern. Ach, der Wehrwolf war ziemlich knapp hier. Okay, das war es jetzt hier mit der, mit dem Abschnitt. Dann haben wir wieder ein paar Fackeln. 48, das ist gut. Perfekt. Wo, wo ist das Pferd? Gehen wir am besten mal hier hoch. Das ist immer noch hier. Jetzt höre ich es irgendwie hier in die Richtung. Ja, wo das Pferd sich befinden könnte, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal und Tschüss.